ARD Text im Auftrag von Funk Konstanz! Konstanz! Die hält nicht mehr lange! Ihr wolltet nicht mich retten, ihr wolltet Konstanz Bonacieux retten. Wo ist sie? Ich weiß, dass ihr sie entführt habt. Zu schade, D'Artagnan, dass ihr nicht für mich arbeiten wollt. Was habt ihr mit ihr gemacht? Für die Beleidigung bezahlt ihr. Sagt mir, wo sie ist, oder ich töte ihn. Sei auf der Hut. Diese Frau hat dich in ihren Bann gezogen. Wir sind Mörder, D'Artagnan, ob's euch gefällt oder nicht. Jeder Ketzer im Königreich muss wissen, was es kostet, den König herauszufordern. Mosketiere! Ihr seid Soldaten und bereit zu sterben. Ich führe euch dorthin, wo man stirbt. Nein! Aber er ist doch der Verräter! Ich bin nicht der Mann, für den ihr mich haltet. Die kleinste Bewegung und ich töte euch! Tötet mich und ihr erfahrt nie, wo Konstanz ist. Zeigt euch! Nein! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017